Der vergangene Freitag war ein düsterer Tag für Deutschland. Die Rechte von Frauen wurden den Forderungen einer kleinen Gruppe von Transpersonen geopfert, die nun in jeden Schutzraum für Frauen eindringen dürfen, solange sie behaupten, sich als weiblich zu identifizieren. Kritik an dieser Entscheidung und das Festhalten an biologischen Fakten, also das korrekte Bezeichnen eines Mannes als Mann, werden mit hohen Strafen bedroht. Die FDP betrachtet dieses Gesetz als vorbildlich liberal und hat es enthusiastisch im Bundestag unterstützt. Eine ehemalige Bremer Abgeordnete hat dies klar verurteilt und die Partei verlassen. Sie bringen das mit ihren Grundüberzeugungen nicht mehr zusammen, konstatierte die ehemalige Bremer FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Bergmann auf Instagram und begründete so ihren Austritt aus der Partei. Heute wurde das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag abgestimmt. Christian Lindner und Wolfgang Kubicki und viele andere stimmten gleich gar nicht mit ab. Ansonsten meine FDP mehrheitlich munter dabei. Mit einem Schlag werfen sie Frauenrechte, Kinderrechte und Elternrechte über Bord. Politik muss den Menschen dienen, nicht einer Ideologie. Ich bringe das mit meinen Grundüberzeugungen nicht mehr zusammen und bin heute aus der FDP ausgetreten. Bergmann ist Diplom-Sozialpädagogin und nach entsprechenden Weiterbildungen auch Einzel-, Paar- und Familientherapeutin. 2019 wurde sie in die Bürgschaft in Bremen gewählt und war Fraktionssprecherin für Bildung, Inneres und Sport sowie Ansprechpartnerin für Kinder und religiöse Angelegenheiten. 2023 schied sie aus der Bürgschaft aus. Insgesamt stimmten nur neun von 91 FDP-Mitgliedern im Bundestag gegen das Selbstbestimmungsgesetz. In Summe waren 374 Parlamentarier dafür und 251 dagegen. 11 enthielten sich. Für Kriminelle wird es nun kinderleicht, durch Vorgabe eines angeblichen Trans-Daseins neue Papiere zu erhalten. Denn Sicherheitsbehörden wird die Identitätsänderung nicht mitgeteilt. Flüchtige können so problemlos ausreisen und sich der Strafverfolgung entziehen. Die Meinungsfreiheit wird ausgehebelt, Eltern werden entmachtet und für Frauen schafft man neue Sicherheitsrisiken. Jahrzehntelanger Kampf für Frauenrechte, Schutzräume, Gleichberechtigung mit einem Wisch abgeräumt. Es ist der ultimative Sieg von Männern über Frauen, konstatierte man auch bei der BILD.